Grüß Gott meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ich den Sundae von Champagne zelibriere und genüße. Da mache ich mir jetzt eine Moet 2012 Vintage. Mit meinen Bluetooth-Speakern habe ich etwas super Musik zum Entspannen und genieße heute einmal so richtig den Sundae von Champagne, indem ich einmal nichts tue. Gestern war ich ja im Flagship Store, ich sage euch was, es war so lustig, aber anstrengend auch, die ganze Zeit Flaschen aufmachen, einschenken, austrinken, einschenken, austrinken. Aber lustig war es sehr, hat mich gefreut, dass ihr so viel gekommen seid und mich besucht habt. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Wie gesagt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit bis 21 Uhr ein Video zu machen, zu posten und uns zu zeigen, wie ihr euren Sundae von Champagne genießt. Die Muttern wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Muttertag noch und ja, Sandi von Champagne. Prost! Die Wunderschönen Die Schmerzen Die Blenden